Ja, einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chartflash für Montag, den 5. November. Ja, schauen wir uns wieder unseren S&P 500 an, den breit gestreuten US-Index. Der befindet sich praktisch seit dem Jahr 2015 ungefähr hier in dem steilen steigenden Trendkanal und ist nun im Vormonat Oktober hier nach unten ausgebrochen. Wir befinden uns aktuell noch in einer Pullback-Bewegung und das ist eben die Frage, ob wir diesen steigenden Trendkanal jetzt im November wieder nach oben erobern können, ob wir hier wieder einbrechen können in diesen Trendkanal oder ob der S&P 500 praktisch in diesem Bereich nach einem Pullback wieder nach unten abdreht und dann im langfristigen Verlauf eventuell Kurs nimmt hier auf den unteren Fibonacci-Fächer im Bereich von 2.400 Punkten ungefähr. Hier schauen wir uns hier den Tagesschart an für den S&P 500. Wir befinden uns hier im unteren Trendkanal-Bereich hier des alten steigenden Trendkanals, diese gestrickelte Linie hier. Zugleich befinden wir uns auch unterhalb des S&P 200, der ungefähr bei 2.765 Punkten verläuft und unterhalb dieser Zone praktisch ist der Index weiterhin shortgefährdet. Also es ist weiterhin damit zu rechnen, dass der Index hier wieder nach unten abdreht und noch einmal den Bereich hier des unteren großen Trendkanals anläuft, eventuell aber auch schon hier bei der Unterstützung um 2.700 Punkte wieder nach oben abdreht. Das sind hier aktuell die beiden wichtigen Marken nach unten. Wichtig wäre eben für einen weiteren steigenden S&P 500, dass der Bereich um 2.765 Punkten hier gut zu sehen mit dem steigenden Trendkanal hier und der blauen S&P 500-Linie nach oben durchbrochen wird und dann wäre dann auch der Weg frei Richtung 2.800 Punkte und höher und dann könnte der Index eben auch 2.900 Punkte anlaufen und die Korrektur hier, die scharfe Korrektur hier hinter sich lassen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter Rückläufe gehabt, hier auch scharfe Rückläufe, wie hier im Jahr 2018, hier im Frühjahr. Da sind wir hier ebenfalls genau an diesen unteren Trendkanalbereich gelaufen, konnten uns dann kräftig erholen. Das gleiche haben wir dann hier im April gehabt dieses Jahres. Da sind wir dann auch eben enorm angestiegen bis über 2.900 Punkte und nun haben wir hier wieder einen kräftigen Einbruch, wurden wieder hier abgefangen im unteren Trendkanalbereich und haben nun eben auch wie zuvor die Möglichkeit, dass wir hier wieder nach oben ansteigen und dann Kurs nehmen auf 3.000 Punkte, nämlich hier auf den oberen Trendkanalbereich und höher. Gut, ich möchte eben auf einen Index hinweisen hier, den ich bei Twitter gesehen habe. Der wurde reingestellt bei Twitter von Eric Pomboy und zeigt den Smart Money Flow Index. Der Smart Money Flow Index zeigt in der Regel hier Tiefpunkte im Markt an und wir haben hier praktisch im Jahr 2002 hier nach dem großen Millennium Crash den Tiefpunkt angezeigt. Wir haben dann nach der Lehman-Krise hier den Tiefpunkt angezeigt im Jahr 2009 und dann hier möglicherweise nach dem vorherigen starken Abverkäufen auch den Tiefpunkt nun im Jahre 2018 eventuell. Wir befinden uns hier auf dem tiefsten Stand seit Januar 1996 und das sind eben Extremitäten, die man einfach nicht beiseite schieben kann, die eben auch darauf hindeuten, dass wir die Markt-Tiefs eventuell gesehen haben im S&P 500 und der Index dann eben auch weiter nach oben abdreht. Natürlich können noch temporäre Korrekturen auftreten, aber es ist eben ein weiterer Indikator auch dafür, dass wir von den Tiefs, die wir gesehen haben, weiter nach oben abdrehen und eben wieder Kurs nehmen auf über 2800 Punkte und langfristig auf 3000 Punkte. Der Smart Money Index, der deckt sich auch hier mit dem 4. Greed Index, den wir ja schon öfter angeschaut haben. Und der uns oft hilfreiche Hinweise gegeben hat auf die aktuelle Marktlage. Wir befinden uns hier weiter in einem historischen Tief bei 8 Punkten, haben in den Vorwochen auch schon etwas tiefer notiert, aber trotzdem im großen Vergleich sind das eben absolute Tiefstände und deuten eben darauf hin, dass der 4. Greed Index eben auch wieder die Richtung ändern könnte, wieder ansteigen könnte und wieder Kurs nehmen könnte hier auf den Modus Greed und Extreme Greed und der Markt eben auch deutlich Luft nach oben hat für einen weiteren Anstieg. Gut, dann wären wir wieder durch für heute mit dem S&P 500. Es ist eben aktuell noch nicht genau klar, ob wir nur einen Pullback haben und der Index wieder nach unten abdreht oder ob wirklich der Durchbruch über 2765 über den 200er SMA nach oben gelingt und eben der Index vor einem weiteren Anstieg steht Richtung 2.800 und 2.900 Punkte. Es gibt dafür, wie wir gerade gesehen haben, einige Indikationen, die eher darauf hindeuten, dass wir weiter ansteigen werden und dass wir mit den bisherigen Verlaufstiefs eben auch das Jahrestief gesehen haben und von nun eben weiter ansteigen werden. Gut, ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel und melde mich dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call.